Wir haben der schöne Bäcker. Guten Morgen hier auf der Elberpillerstraße in Berlin. Aber die haben nicht nur das. Richtig schön dekoriert. Richtig schön. Unsere Lieblingsgartenerei hat auch den passenden Weihnachtssperrn auf Zinnendorf. Gartencenter rufe, aber klären Sie. Starte deine Erfolgsgeschichte an der Euro-Academie Berlin, der großen privaten Berufsschule direkt an U-Bahn und Borgeswerke. Beginne im Februar die Ausbildung zum Erzieher oder Sozialassistenten oder im März zum Masseur und Magazinischen Bademeister. Wir bereiten dich optimal auf deinen Traumberuf vor. Du wirst dich jetzt auf euroacademie.de slash Berlin. Juwelier Erzal im Europa-Center, das immer 30 Jahre hohe Spiele für Uhren, Schmuck und Tausende. Juwelier Erzal im Ombau-Center, zu gewählt. Juwelier Erzal im Ombau-Center, du wirst dich jetzt auf euroacademie.de slash Berlin. Steuerbüro Andreas Kärtmann, Ihre Zufriedenheit ist unser Ziel. Betreuung von kleinen und mittleren Unternehmen und Privatpersonen. Individuelle Lösungen, schnelle und sichere Kommunikation via Internet. Keine Papierfluten, alle Unterlagen in digitaler Form. Steuerbüro Andreas Kärtmann in Zehlendorf. Ist das nicht schön? Wir machen aus der Krise Ihre Chance. Nutzen Sie jetzt die Mehrwertsteuerersparnis für Ihre neue Mittagsumfragen. Gucken wir mal rein. Und zusätzlich bis zu 10.000 Euro bei Kauf eines neuen Mikra, Kaschkei, Juke oder X-Trail. Plus 0% Finanzierung, plus 5 Jahre Garantie. Mit Ihrem Nissan Autohaus Wegmerk siebenmal in und um Berlin. Die Black Friday liegt bei Möbelhafen an. Das ist ganz schön gewesen. Das ist jetzt da. Ich bin sechs, drei Jahren. Da ist es nicht bezahlt. Nein, nicht. Nein, nicht. Das ist ja nicht. Das sind doch, das ist doch hier. Die haben einen Rennscherang und ein Rennscherang. Die haben uns so richtig. Vorher hin und ich will zum neuen Nissan nie wieder. Zum Beispiel der neue Nissan Juke mit Knie und Sound von 159 Euro im Monat ohne Anzahl. Jetzt im Nissan Autohausregel, auch in Spandau am Juliasturm und in Ritz am Rekordern. Penny feiert Weihnachten für alle. Mit Angeboten zum Feiern. Diese Woche Brotra-Schokolade. Verschiedene Säden. Karten vor 8.50 Cent. Und per Seel. Römer oder Dien für 100 Waschladung nur 13,64 Euro. Erstmal so Penny. Es ist 7 Uhr. 8.92 Radio-Kartisan. Immer auf den Punkt informiert. Schöne Grüße hier von der Elternwetterstraße hier in Berlin-Moorwied, lieber Johann. Und ich komme zurück. Ich komme zurück.